Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Command & Conquer 3 T-Building Wars. So, wir können jetzt zwischen zwei Missionen auswählen, italienisches Sügelland oder Operation Stiletto, stehen sie in einem der Relaisknoten den Kurzschlüsse für die Türme der Besucher und schlagen sie die GDI und die Besucher mit ihren eigenen Waffen, um den Vormachstatt GDI in Italien aufzuhalten. Keine Ahnung, ob hier irgendwas einen Vorteil bringt. Ich nehme mal die Operation Stiletto, glaube ich. Stimpfe gefährden die Türme. Vernichten sie deswegen also beide Armeen, die GDI und die Besucher. Weitere Nordeinheiten sind schon unterwegs zu ihnen, aber die werden sie nicht brauchen. Vernichten sie die GDI und die Besucher einfach mit ihren eigenen Waffen. Zerstören sie alles, was sich bewegt. Und so, da bin ich ja sehr gespannt, ob wir das schaffen. Die GDI rückt schneller als erwartet durch die italienische rote Zone vor und ist für die Einrichtung der Besucher vor Ort eine ernste Gefahr. Wir müssen sie aufhalten. Im Moment geht die größte Gefahr von einer großen GDI-Armee aus, die die Truppen der Allianz am Ostufer des Tibers zurückdrängt. Da wir nur wenige wahre Gläubige haben, kommt ein direkter Angriff auf die GDI nicht in Frage. Versuchen sie stattdessen, die beiden Bauhöfe der GDI mit Shadows und Saboteuren zu übernehmen und schlagen sie unseren verhassten Erzfeind mit seinen eigenen Waffen. Erobern sie anschließend die beiden Drohnenplattformen der Aliens. Erst dann wird sich Keynes planvoll entfalten. Vernichten sie alles, was ihnen in den Weg steht, egal ob sie sich dabei um Einheiten der GDI, der Bruderschaft oder der Besucher handelt. Uh, das wird ja... Die GDI ist tief in die rote Zone vorgestoßen, um die Alien-Invasoren zu bekämpfen. Wir müssen sie aufhalten. Die GDI hat zwei Lager, eine Primärbasis im Südwesten, eine Luftwaffenbasis im Norden. Beide sind eine Bedrohung. Erobern sie beide Gefechtsstände und beide GDI-Basen. Erobern oder zerstören sie die Produktionsgebäude der GDI, um ihrer Armee die Grundlagen zu entziehen. Die Aliens haben zwei Kommandozentralen. Erobern sie diese Zentralen mit Saboteuren, um das Blatt zu wenden. Erobern oder zerstören sie alle Alien-Produktionsgebäude und unterstellen sie Nord ihre Truppen. Also das klingt bisher nach der Schwerstmission, die wir überhaupt schon bisher machen mussten. So, erobern sie die beiden Bauhöfe. Erobern oder zerstören. Erobern oder erobern und zerstören. Ach du Gott, wie soll ich das hinkriegen? Wir haben... Ja... Oh Gott, wir haben echt nur Shadows und Saboteure. Hier sind Flak-Einrichtungen. Ich weiß gar nicht, wie ich den Saboteur hier hinschleißen soll. Der wird da abgeknallt. Genau wie hier oben ist. Alles gut gesichert. Ein Tarnfeld. Puh, was haben wir denn im Angebot? Bin allzeit bereit. Oh, ein Kommando haben wir auch noch. Du sitzt nur mit dem Kommando. Mensch. Ich verstehe. Es ist zu viel los. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wäre schön, wenn die sich gegenseitig besiegen würden. Die Schwingen von Martin. Ich versuch mal was. Beschlossen. Das ist unser Weg. Der Weg ist frei. Unterwegs. So, wir haben dort eine Flak. Leise. Hier geht's lang. Oh oh. Ach, die schießen gar nicht da drauf. Dann könnte es interessant werden. Wir haben unser Ziel. Das ist unser Weg. Vernichtet sie. Oh oh. Ab in die Lüfte. Ich dachte ja, die Flak schießt auf die Shadows. Aber dem ist ja gar nicht so. Vielleicht. Ist das jetzt. Unser Vorteil. Ich hoffe mal, man hört den Regen nicht bei meiner Aufnahme hier. Der kommt nämlich ganz schön runter momentan. Leise. So, was haben wir hier für Kisten? Oh oh. Bleibst du wohl hier. Am besten gehst du wieder in Luft. Medikamentenkiste, Geldkiste, Geldkiste. Konzentration. Mit etwas Glück. Auslöschen. Können wir die Kraftwerke zerstören und somit die Verteidigung ausschalten. Das wäre natürlich Schirm. Hier hat alles angefangen. Das ist ein Kriegsgebiet. Wir müssen vorsichtig sein, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Konzentriert euch. Wird erledigt. Schaltet sie aus. So, da oben ist dann noch ein Kraftwerk, aber das dürft ihr niemals ausrechnen für die ganzen Geschütze. Die Frage ist, ob ich mit meinem Saboteur... Machen wir uns an die Arbeit. Ich kann Ihnen helfen. ... Transport anfordern kann? Natürlich nicht. Was brauchen Sie? Verdammt. Das ist ärgerlich. Es darf nicht existieren. Das ist unser Weg. Vernichtet sie. Ich könnte schon sogar was entwickeln. Aber das bringt mir nicht wirklich was. Ich glaube, die attackieren sich da gerade selber mit, oder? Kann das sein? Wird natürlich cool. Sehr gut. Konzentriert euch. Das ist das Ziel. Das ist das Ding springen. Das ist das Ding. Ohne jede Spur. Das dauert aber oft, dass sie das Ding mal irgendwie klein kriegen. Sie wehren sich. Sie wehren sich. Wird erledigt. Das ist unser Weg. Einheit verloren. Unterwegs. Verschon keinen. Wieso denn das auf ehemal? Scheiße. Aber wir haben eine Medikamenten-Küste. Die nehme ich mal auf. Leise. Unterwegs. Ich frage mich, ob die das gerade entwickelt haben. drawn. Mach sie fertig. Konzentriert euch. Der Weg ist frei. Wir haben unser Ziel. Lautlos! Einheit wird angegriffen. Einheit verlobt. Ich regle das. Scheiße. Okay. 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 Sie wehren sich! Habe ich die Mission jetzt verkackt oder was? Dadurch, dass ich die nicht hier drin stehen lassen hab? Das wär's ja. Nein. Gibt's nicht. Die haben immer noch Energie. Die... Engleitflug. Ach, jetzt... Erkennen sie auch plötzlich meine... Dinger. Ja. Oh. Gut. Ich denke mal, damit... Oh, hab ich verloren. Mission bescheiden. ... ... ... ... ... ... Tja, entweder probier's dann nächste Folge nochmal oder ich mach erstmal die andere Mission. Ich hab momentan keine Idee, wie ich die schaffen soll, ehrlich gesagt. Gucken wir mal in der nächsten Folge nochmal vorbei. Oder, wie gesagt, in der anderen Mission Spitz bedanke mich. Bis dann! Ja.